Hey hohe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Thief. Da vorne laufen schon die Wachen rum. Und wir haben ein neues Ziel. Und zwar werden wir uns ungefähr 90 Meter in diese Richtung begeben. Dann sind wir auch schon ganz nah an der Bank. Ich bin am überlegen, ob wir uns vielleicht erstmal den Timer stellen. Der Timer, immer wieder so ein Running Gate bei mir, glaube ich. Ob wir vielleicht nicht kurz da oben bei der Bank vorbeischauen. Und Details an denen. Ja, begibt die Zimmer. Gut. Ja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal in diese Richtung gehen. Da habe ich auch noch eine Nebenmission, fällt mir gerade auf. Also quasi müssen wir einfach nur erstmal in diese Richtung gehen. Und um das zu schaffen, würde ich ganz gerne hier hoch. Irgendwie. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich ungerne auf dem Boden aufhalte. Also es ist mir auf jeden Fall lieber, wenn ich irgendwo oberhalb mich bewegen kann. Einfach, weil es mir sicherer erscheint, weil ich dann nicht das Gefühl habe, direkt von jedem Wachmann entdeckt zu werden. Und ja. Was ist mit den toten Göttern? Das ist mein Glockenturm, dahin will ich aber nicht zurück. Sondern. Oh, das ist so schön. Ich höre so noch leichte Kopfschmerzen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt allerdings was gegessen. Das heißt, es geht mir zumindest dahingehend ein bisschen besser. Das bringt mir alles überhaupt nichts. Verdammt. Okay. Wieder rüber. Komme ich vielleicht da durch? Okay, erst mal hier runter. Oh. Houdi. Meine Güte. Okay. Ich bin vorsichtig. What? Egal. Ach Mist, hier komme ich nicht durch. Ich muss, glaube ich, sogar oben her. Oder? Irgendwie? Hm. What? Oh, Jungs, erschreckt mich doch nicht immer so. Okay, jetzt wird es noch hell. Wow. Okay, ich glaube. Ich glaube. Was ist? Hey. Stimmt, die Ausgangssperre. Ein schönes Stück. Stone Market Glockenturm. Oh. Hey, ich habe die Gedenktafel meines eigenen Heims gestohlen. Ich hasse Wachen. Ich hasse Wachen. Und diese dämlichen Lampen kann ich nicht mehr ausmachen. Okay, mal gucken, wo ich da nicht mal komme, ohne gesehen zu werden. Jetzt laufe ich in die vollkommen falsche Richtung. Ah, super. Okay. Soweit ich weiß, bin ich den Otto-Normal-Bürgern hier egal. Uh. Ich sollte nicht noch mehr Muskeln zulegen. Dieses Leder ist ohnehin schon eng genug. Ich bin da auch dafür, dass hier weniger trainieren geht. Das würde natürlich Nämlich bedeuten Dass ich nicht mehr so viel aufwenden muss Um euch abzugeben. Ich werde hier mal ein bisschen Weil da vorne ist was, was ich haben kann Und haben will. Gib mir das. Ich werde jetzt erstmal versuchen Überhaupt darüber zu kommen Und entscheide mich dann einfach mal ganz spontan Ob ich Jetzt die eigentliche Mission mache Und Basso rette Oder ob ich Mich vielleicht erstmal zur Bank begebe Wo bin ich hier? Reynolds Coffee House Süß Okay, wenn ich hier so rumsneake Ist das wahrscheinlich auch überhaupt nicht auffällig Nein Stone Market, die Rinne Was haben wir hier? Nichts Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft Ja Die meisten haben die Hoffnung Die sind so ein bisschen verloren Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wo komme ich da hin? Werkstatt Ektors Handelhaus Ich bin mal so neugierig Und geh da mal rein Ein Versteck ist nicht viel wert Wenn du auf dem Weg dorthin gesehen wirst Oho Interessant Wirklich? Kann ich mit dir quatschen? Hi Wer ist euer Freund? Das da ist mein Metallmann Mein Lebenswerk Uhrwerke und Maschinen Er könnte die Stadt revolutionieren Und mir die verdiente Anerkennung verschaffen Wenn der verdammte Baron nicht wäre Der Baron ist ein Narr Er wurde ungeduldig Ich sollte das Projekt zerstören Aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun Der Auftrag Worum geht es? Er hat ein Auftrag Mein Freund ist fast komplett Aber der Abschaum Der mir half ihn zu bauen Hat mich hintergangen Er hat sogar die mechanische Hand Meines Metallmanns gestohlen Die ihr zurück wollt Genau Alfonso Der schmierige Schneider aus Stone Market Hat die Hand in seinem Laden Bringt sie mir Und es soll euer Schaden nicht sein Cool Ich wusste nicht, dass der Aufträge für uns hat Aber gut, gut, gut Hector verlangt, dass ich bei Alfonso's Schneiderei einbreche und eine mechanische Hand da raushole Es muss sein Ohne meinen Metallmann vertreibt man mich aus der Stadt Das ist blöd Das Ganze kommt mir verdächtig vor Aber die Beute könnte sich lohnen Möchtest du diesen Kundenauftrag wirklich starten? Ich nehme ihn an Ihr seid ein wahrer Profi Das vergesse ich nie Besucht Alfonso's Kleidung In Stone Market Der Schurke hat meine Metallhand bestimmt in seinem Laden versteckt Ganz bestimmt Das Problem ist, dass ich das jetzt erstmal nicht verfolgen möchte Sondern mir so ein bisschen in der Hinterhand behalten möchte Das sieht wirklich sehr wertvoll aus Aber wie komme ich da ran? Wahrscheinlich gar nicht Vielleicht kriege ich das ja als Belohnung für meinen Auftrag Wahrscheinlich ein bisschen viel Hector's Memoir Die Mistkerle haben mich aufgegeben Und wenn's vollbracht ist Winseln sie um Vergebung Ist es okay, wenn ich dich bestehle? Brief an Hector Clockwise an Wie auch immer Brief an Clockwise an Hector Okay, wenn wir ein bisschen mehr über den Guten herausfinden wollen Sollten wir uns das vielleicht durchlesen Hector Tut mir leid Zumindest bis ich bezahlt wurde Scheiße, Garrett hat gerade angefangen was zu reden Blöd In Ordnung Ich guck mal ganz kurz diese Dokumente an Die Sammlerstücke Achso, ja Eine ewige Uhr für die ewige Stadt Errichtet von der Mechaniker-Gilde und der Stellmacher-Gilde Dokumente Hector's Kundenaufträge Hector's Memoir Seite 1218 What the fuck Das ist viel Nach Monaten einsamer Anstrengung habe ich meinen Automaten endlich freigestellt Nachdem Baron Northcrest meine glorreiche Erfindung gesehen hatte, bat er um Verzeihung Doch ich sagte ihm, dass es dafür zu spät sei Wobei in die Ferne blickte er fast in meine Augen die Stadt Ein winziger sterbender Punkt, an dem man sich bald nur noch aus einem Grund erinnern würde Als Geburtsort von Hector Rothschild Mechaniker-Erfinder-Genie Ende Band 1 Eine abszöne Skizze von Alfonso, Clockwise und Baron Northcrest füllt den unteren Rand Oh, schade, Mann Brief von Hector und Clockwise Hör auf, meine Briefe zu ignorieren Ich weiß, dass du in deinem Haus eingesperrt bist Ich weiß, dass du das Herz des Metallmanns hast Und ich weiß, dass der Mechaniker dir Lügen erzählt hat Du bist doch zu mehr fähig, Clockwise Wir können den Metallmann immer noch bauen Gemeinsam Antworte rasch Oder ich bin gezwungen, mir dein Herz mit Gewalt zu holen Das ist dein Versprechen? Ich weiß, dass du das Herz des Metallmanns hast Mr. Rothschild Du bewegst dich auf dünnem Eis, Hector Ich werde dich in deinem neuen Vorhaben nicht unterstützen Das Herz ist das Ergebnis meiner Erfindungsgabe Ich sollte dem Mechaniker von deinem fehlgeleiteten Ansinnen berichten Das Automatenprojekt zu übernehmen Wenn ich davon noch ein Wort höre, schwöre ich alles zu unternehmen, um dich aufzuhalten Vom Schreibtisch von Luther Clockwise Okay Irgendwie scheint das ein Projekt zu sein, was nicht so sehr viel Anerkennung bekommt Jetzt möchte ich allerdings nicht das hier Kann man das entfolgen? Zurück Ich würde das hier gerne verfolgen Ja Dankeschön, 16 Meter noch In diese Richtung, sehr schön Ich bin fast da, ich bin fast da Neun Meter noch Komm ich hier drüber irgendwie, oder muss ich hier drumherum, oder? Ach Hier komme ich durch Okay Und Los geht's Das war zu schnell Ihr habt's gehört Kommt sofort raus Wir hören nicht auf die Hunde des Barons Ich höre Stimmen in der Dunkelheit Den Ruf der Krähen Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft Sie singen von einem glorreichen Feuer Die Wache wird brennen Die Stadt wird schwarz Und die Maschinen des Barons werden zerstört Und wenn der Rauch sich verzieht Bricht die Dämmerung an Wir können trotz des Gestanks frei atmen Nahrung und Wasser für alle Und Vertrauen in eine bessere Zukunft Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen Haltet zusammen Tötet die Schwarzkittel Spuckt auf ihre Gesetze Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen Interessant Das klingt ja mal wirklich aufwieglerisch Gibt's das Wort? Egal Ihr wisst ja was ich meine Also das klingt nach Ein bisschen nach Revolution Und Hätte ich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher Was ich davon halten soll Köder und Schalter Ach Köder und Schalter Ah Ich verstehe Stimmt das war diese Damit Ist irgendwas Das sind Schalter Richtig? An diesen Dingern war ein Schalter dran Ich wünschte es käme mal ein Dieb durch mein Fenster What? Pass auf was du dir wünschst meine Gute Ich bin neuerdings so müde Ich bin neuerdings so müde Och Was immer Ach Ich kann hier noch was gegen die Wand Was immer alle so müde sind Hopp Okay Und Und Noch was Es tut weh Was Es tut mir leid Ich muss irgendwie Ach ne da muss ich ja toll Da hätte ich ja gar nicht hier hoch gemusst Das ist der kälteste Sommer aller Zeiten Kann ich hier rein Ich kann nicht mal darüber Aber ich kann hier rein Wenn ich hier rein kann Dann gehe ich hier rein Guck einfach mal nach Was da so drin ist Jetzt habe ich gleich wieder Jetzt gehe ich wieder zurück Richtig? Glaubst du wirklich Dieser Doktor braucht was besseres Als die anderen Drecks Elixiere Die man überall kaufen kann? Verrat mir eins Würdest du ein Heilmittel Von einem Mann kaufen Der selbst die Schwermut hat? Aber Marco sagt Ich sag dir was Marco sagt Bla bla Ich tue so als hätte ich Ahnung Und nur Idioten glauben mir Es klingt wirklich so ähnlich Stimmt schon Oder? Ähm Ich glaube Ich habe hier auch eine Art Nebenmission Und zwar nennt sie sich glaube ich Medizin Misere oder so ähnlich Ich bin mir allerdings unsicher Ob ich das jetzt machen sollte Weil das letzte Mal Als ich das versucht habe Ist das wirklich kläglich schief gelaufen Äh Hier Medizin Misere nennt sie sich Auf der Straße gibt es ein neues Wunder Elixier gegen die Schwermut und Jesus Und diesmal soll es eine echte Arznei sein Dr. Trey hat angeblich ein Heilmittel gebraut Aber er erhält es in seinem Laden Unter Verschluss Besorge eine Probe Dann werden wir reich Unter dem noblem Banner des Kampfes Gegen das Leiden Ja Ist allerdings jetzt leider nicht so Ähm Also ich würde ganz gerne erst die normale Quest weiter machen Jetzt der Quest Genau Also die normale Mission Bevor ich mich hieran begebe Und zwar müsste ich da jetzt aber erstmal wieder hier runter Und Komm schon Du schaffst das Au Au Scheiße man Das hat weh getan Okay das war dann doch wohl ein bisschen zu hoch Falls da jemand ist Zeig dich gefälligst Nein hier ist niemand 12 Ah da geht's los Da geht's los Und wo geht's hier lang? Nur mal kurz gucken Kundenauftrag der Bankraub The Bank's Haste Ähm Ist tatsächlich direkt beieinander Äh Ich würde aber ganz gerne erstmal zu diesem komischen Jacob Oh Kapitel 4 Ein Freund in Not Ja ich möchte das Kapitel beginnen Okay heißt dann wohl Dass ich das Kapitel doch tatsächlich komplett durchmachen muss Ich habe das alte Buch aus dem Haus der Blüten gestohlen Für einen Mann namens Orion Der sogenannten Stimme des Volkes Er glaubt dass er die Stadt retten kann Angesichts dessen was ich davon gesehen habe Bin ich mir nicht sicher ob es sich Ob es das wert ist Ob sie es wert ist Trotzdem verehrt das Volk Orion Bessor eingeschlossen Und seine Anhänger Die Götzen werden immer mehr Aber dennoch zwischen dem Baron Der Schwermut Und dem Hungerstod Gibt es keine Wahl Mit Jacob auf dem Greystone Platz Ach warum regnet es denn jetzt schon wieder Ich hoffe es gewittert mich schon wieder Weil Ich muss sagen Diese Blitze Sind mir doch ein bisschen Halt Oh mein Gott Scheiße jetzt habe ich einen Fehler gemacht Jetzt habe ich einen Fehler gemacht Ich habe so viel Geld man Ich hätte das doch ausgeben können Ich hätte doch bei diesem dämlichen Händler vorbeigucken Und Okay habe ich 10 Wasserfeile noch Okay kleinen Moment Ich werde Ich werde mir kurz noch ein paar Sachen besorgen So und da wären wir bei dem Händler Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse So und falls ich hier jetzt irgendwas einkaufen sollte Was wirklich wichtig ist Möchte ich nicht dass ihr das verpasst Deswegen würde ich ganz gerne Deswegen nehme ich das jetzt halt auch auf Stumpferfeil habe ich 7 Würde ich ganz gerne 10 mindestens haben Nahrung Ja Feuerfeile Ersteckungsfeile Seilfeile Habe ich 2 Nimm ich mal noch 2 Achso Verkaufen Ne ist ja Blödsinn Jetzt 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 Was haben wir hier Beringert erlittenen Schaden Erhöht eure sichere Fallhöhe Verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen Die Geräusche verursachen Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken Leicht Nehmen wir Weiter 420 Kann ich eigentlich auch noch nehmen Ich guck mal kurz Warme Weste Erhöht die Maximalgesundheit Diese leichte enge Weste wird unter der Kleidung getragen Und Oh ich bin schon wieder viel zweit Kleidung getragen Und ist ideal für kalte einsame Nächte auf Dächern Und hinzugegen speichern Der ehrbare Verkäufer behauptet Zudem das Kleidungsstück würde die Gesundheit verbessern Wie auch immer Die Weste wird warm und bequem Wie gemacht für den Dieb von Welt Das hatten wir schon Ärztliches Rezept Verringert den Preis von Mohn Das ist wichtig Weil Verringert den Preis von Ressourcen um 25% Man munkelt, dass die Stadt häufig In der Stadt häufig das Bassus Wort bisweilen nicht so gut ist Wie es seine Bürgschaft vermuten ließe Wer auf Worte aber ohnehin nichts gibt Und über genügend Geld verfügt Kann Bassus Bürgschaft direkt Und unter Umgehung des Mittelsmannes erstehen Sagt es ihm nur nicht Muss Köcher Seitenwind Melanion Ich fände jetzt schon ganz cool Wenn Bogenschussstärke Verringert die Zielzeit leicht Finde ich eigentlich auch ganz gut Das finde ich ganz gut Das nehmisch Gut dann muss ich jetzt nochmal gucken Ob ich vielleicht Ah komm Feuerpfeile Na ich will nicht töten Aber sicher ist sicher Äh Stumpferpfeile habe ich auch Wasserpfeile habe ich nicht mehr Ähm Ja gut okay Ich würde sagen War mir ein Verküden Mir auch nicht So Und dann würde ich sagen Muss ich diesen Part auch schon beenden Ich werde jetzt noch zurück Zu dem Ort gehen An dem die Mission angefangen hat Also ich werde zu Mission zurückgehen Und werde da dann meine Und werde da dann den nächsten Part wieder anfangen Demnach Ähm Ja verabschiede ich mich für dieses Mal Ich bin zwar nicht Ich habe zwar nicht sehr viel geschafft Aber ich habe immerhin Neuen Auftrag aufgenommen Und äh Bin so ein bisschen durch die Stadt geirrt Aber das muss ja auch mal sein Ich hoffe trotzdem Dass es euch gefallen hat Und ähm Wenn es euch gefallen hat Lasst doch ein Däumchen rauf da Dann Kommentieren nicht vergessen Lasst mir den einen oder anderen Kommentar da Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen Abonnieren auf jeden Fall Nicht vergessen Und Diebesbedarf zu diebischen Preisen Exakt mein Freund Und ähm Ich bin kein Feigling Aber hier ist es nicht mehr sicher Vor allem auch unten in die Videobeschreibung gucken Da sind wichtige Links drin Nicht vergessen Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part Bis dahin Ciao